In dieser Videoreihe zeige ich dir verschiedene Wege, wie du fertige 3D-Modelle, also zum Beispiel in Form von STL- oder OBJ-Dateien, im ProSelSlicer bearbeiten kannst. Du kennst es vielleicht, man würde gerne das eigene Logo, Symbole, QR-Codes oder Text direkt auf aus dem Internet geladene Modelle drucken. Doch das komplette Neukonstruieren oder Bearbeiten von STL-Netzen im CAD-Programm macht einfach keinen Spaß. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich das aber auch ganz einfach hier im ProSelSlicer machen. Als Beispiel möchte ich jetzt mal mein Yantech-Logo auf diese Handyhülle bringen. Konkret soll ein Teil der Rückseite mit dem Logo ausgestanzt werden, um dann mit zwei manuellen Farbwechseln diesen Effekt zu bekommen. Dafür müsst ihr das Logo, welches in der Regel ja als Vektorgrafik vorliegt, zunächst in ein 3D-Objekt, sprich im besten Fall eine STL-Datei umwandeln. Das geht ganz schnell im CAD-Programm, wie hier Autodesk Fusion oder aber auch mit diesem Online-Tool SVG2STL, welches direkt Objekte in der gewünschten Stärke ausgibt. Wenn wir das geschafft haben, müssen wir unser Logo hier als negatives Volumen zur Handyhülle bzw. dem gewünschten Objekt hinzufügen. Ich empfehle aber, das Logo gleich zur Galerie hinzuzufügen, in der es gespeichert wird und so für alle zukünftigen Projekte verfügbar ist. Dafür wählen wir hier unser Objekt bei hinzufügen aus. Wenn wir nun auf die Vorschau des Logos klicken, wird es als negatives Volumen zu der Hülle hinzugefügt. Was wir als nächstes machen müssen, ist das Logo passend auszurichten. Dafür können wir zunächst das Drehen-Tool nutzen oder hier unten bei Rotate oder Drehen den Drehwinkel in den drei Achsen in Grad angeben. In dem Fall, naja, möchte ich das Logo hier auf der Unterseite gezeigt haben. Das heißt, ich drehe es erstmal um 90 Grad um die X-Achse. Und damit es nicht spiegelverkehrt ist, muss es nochmal um 180 Grad um die Y-Achse getauscht werden. Und wenn wir uns das jetzt von unten anschauen, dann passt die Orientierung des Logos. Das ist jetzt natürlich von Logo zu Logo verschieden. Es kommt natürlich auch darauf an, ob ich das jetzt oben oder unten vom Modell ausstanzen will. Das kann man sich hier aber gut in der Ansicht im Prozessleiste anschauen. Nun müssen wir das Logo noch an die richtige Stelle bewegen. Da es hier ja aus der Rückseite ausgestanzt werden soll, muss es schon mal die Z-Höhe 0 haben. Die können wir auch hier in der unteren rechten Box angeben. So, jetzt liegt es hier auf der Druckplatte. Und die Positionierung auf der Hülle selbst können wir jetzt zum Beispiel auch hier mit diesen Pfeilen vornehmen. So, oder aber auch die Lage, also die Position berechnen. Dafür können wir uns jetzt zum Beispiel mal die Ränder dieser Handyhülle hier ausmessen. Links sieht man da jetzt, sind wir hier so bei 135 mm. Rechts bei etwa 115 und die Mitte daraus sind ganz klar 125. Und wir sehen, das Logo ist jetzt hier zumindest in x-Richtung sehr schön mittig platziert. Bei y könnten wir das jetzt genauso machen. Schaut aber einfach ganz gut aus. Das heißt, hiermit bin ich jetzt durch. Und ja, jetzt wird dieses Logo aus unserer Handyhülle, unserem Objekt, herausgestanzt. Wenn wir das jetzt slicen, dann sehen wir das ganz schön. Und was wir jetzt noch als letztes kleines Detail machen können, ist zwei manuelle Farbwechsel hinzuzufügen. Dafür wählen wir uns erstmal die erste Schicht, bei der das Logo wieder geschlossen wird. Drucken dann, ja, zwei Layer mit unserer Füllfarbe und wechseln dann zurück auf die Originalfarbe. In meinem Fall war das jetzt weiß, wo zwei Schichten schwarz dazwischen gedruckt wurden. Und dann können wir hier sehr schön sehen, wie das Logo sehr gut hervorgehoben wird. Und ja, unsere Handyhülle personalisiert ist. Der Vollständigkeit halber können wir das jetzt auch nochmal kurz mit Text machen. Dafür gehen wir hier auf negatives Volumen hinzufügen, Text. Und können hier einfach unseren Text eingeben. Theoretisch noch eine Schriftart wählen. Die Höhe, also Größe bereits definieren. Und vor allem die Stärke, also Tiefe, angeben. Angeben, das Logo war eben ein Millimeter stark. Das möchte ich hier jetzt auch wieder auswählen. Okay. Und dann, naja, rotiere ich mir hier das Logo genauso wie eben. Und bewege es auf die passende Höhe. Das sieht schon mal gut aus. Und naja, dann kann ich wie eben vorgehen, das Logo entsprechend positionieren, wie ich das jetzt möchte. Beziehungsweise den Text entsprechend positionieren. Und wenn wir jetzt leisen, müsste auch unser Farbwechsel noch gespeichert sein. Ja, dann sieht das Ganze hier einfach genauso aus, nur eben mit selbst eingegebenem Text. So, jetzt noch ein kleines anderes Beispiel, bei dem ein Logo bzw. ein Text auf eine Oberfläche hinzugefügt werden soll. Also nicht entfernt, sondern drauf gedruckt wird. Ich habe jetzt hier so ein Design von mir und möchte das jetzt zum Beispiel branden. Dafür kann ich wieder mit Rechtsklick, in dem Fall ein Teil hinzufügen, in meiner Galerie, mein Logo auswählen, okay. Und dann habe ich es hier erstmal im Raum. Gehe erstmal wie eben vor, rotiere es mir auf, rotiere es mir im Prinzip passend. So, es soll ja jetzt auf diese Oberfläche kommen. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, wenn ich im Grunde wissen will, wie hoch, was die Z-Höhe dieses Logos sein muss, damit es genau auf dieser Oberfläche liegt, kann ich mir die mit dem Messentool einfach ausmessen. Dafür messe ich hier jetzt mal den Abstand zwischen diesen zwei Ebenen. Der beträgt 45 Millimeter. Und wenn ich wieder auf das Logo klicke, kann ich diese 45 Millimeter dann hier für die Z-Höhe eingeben. Und nun ja, sehe dann, dass das Logo hier perfekt drauf liegt. Jetzt kann ich es wieder in X und Y Richtung verschieben. Sehe jetzt, das ist noch ein bisschen zu groß und kann das demnach auch einfach ein wenig skalieren. So, zum Beispiel hier nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn wir dieses Schloss hier öffnen, können wir auch in den einzelnen Achsen beliebig skalieren, ohne dass sich die andere Größe mit ändert. Das heißt, wir können es hier wieder einen Millimeter dick machen und es jetzt hier ganz einfach positionieren. Und wenn wir jetzt leisen, sehen wir, liegt das Logo perfekt hier oben drauf. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat dir gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn im zweiten Teil dieser kleinen Reihe geht es dann um das weitere Bearbeiten von STL-Dateien, wie zum Beispiel dem Hinzufügen von Bohrungen, Vergrößern von Löchern, Hinzufügen von Phasen und weiteren Bearbeitungen mit dem Skalieren- und Schneidentool.